Wir spielen Stranded Deep, meine Lieben, weiter geht's! Warum ist es schon wieder dunkel, Leute? Weil es ist Schlafenzeit. Gut. Dein Floh ist sehr weit abgekriegt. Ja, nervt mich mal nicht. Warum wird es uns jedes Mal angezeigt? Äh, Pflanzis? Oh, wollte ich schon sagen. Geht's euch gut? Euch geht's gut. Darum müssen wir uns heute nicht kümmern. Ich habe nämlich was vor. Und zwar, gestern Abend habe ich im Bett gelegen und dachte mir so, wie tief kann man eigentlich bei Stranded Deep tauchen? Äh, schlafen. Das habe ich mir gedacht. Und das Ding ist, bis jetzt haben wir es nicht gemacht, weil ich Angst davor hatte. Aber heute werden wir es tun. Wie spät haben wir es? Ja, okay. Und wir haben Hunger und Durst. Wie immer. Haben wir hier Trinken vorbereitet? Ja, sehr gut. Trink mal. So, trink mal das hier auch. Danke. Füllen wir gleich wieder auf. Wir holen uns direkt Atemdinger. Und, also, wir warten erstmal, bis es hell wird. Weil es ist ja schon dunkel und gruselig genug da unten. Und dann werden wir einfach mal tauchen. So tief wie es geht. Wird eine kurze Folge auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man... Das Ding ist, ich weiß nicht, ob man stirbt, wenn es nicht mehr tiefer geht. Aber wir werden es herausbekommen. Und ich weiß auch nicht, ob wir wissen, wo oben und unten ist, falls wir es doch überleben. Naja, wir werden es herausfinden, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich unser ganzes Essen schon aufgegessen, obwohl wir das eigentlich für den Endgegner brauchten. Hups. So. Jetzt muss es eigentlich nur hell werden und dann geht es los. Werd hell, werd hell, werd hell. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Aber wir werden mal gucken, wie es läuft. Wäre ja lustig, wenn wir dann auch noch vom Hai angegriffen werden. So lustig. Komm, einer geht noch. Ja. Ist die jetzt voll? Ja. Leer. So, Vorbereitung. Warum ist denn hier Mr. Krabs schon wieder? Das darf doch gar nicht sein eigentlich. Die haben wir alle abgemetzelt. Aua. Ist das dein Ernst? Das Spiel macht komische Dinge, würde ich behaupten. Stehen jetzt die ganzen Palmen auch wieder da, oder was? Ne, die stehen nicht wieder hier. Schön wärs auch. Aber die Mr. Krabs, die kommen immer wieder irgendwie. So, das passt. Eine Lampe haben wir auf der Hand. Hä, wer hat die denn so cool hingestellt? War ich das? Wow. So. Wir nehmen uns mal die Atemdinger. Wie viel brauchen wir? Wie weit kommen wir runter, ist die Frage halt, ne? Wie viele Atemdinger brauchen wir? Da ich davon aus... Wo sind die drin? Da. Da ich davon ausgehe, dass wir sterben werden, werden wir vorher abspeichern. Die nehmen wir mal mit. Die nehmen wir mal mit. Wir nehmen mal... Boah, eine gute Frage, ne? Wie tief können wir tauchen? Wir nehmen mal acht Stück mit. Sicher ist sicher, ne? Das ist ja... Das kann ja richtig weit runter gehen. So, die nehmen wir auch schon direkt mal in die Hand. Aber wir brauchen eigentlich Licht in der Hand, oder? Ich weiß gar nicht. Kann man da unten was sehen? Ich hab Angst. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt in echt, also in real life, da würde ich niemals in so ein öffnes See gehen, weil ich immer Angst hab, was ist denn unter mir? Da hab ich zu viel Angst vor. So, okay. Es wird langsam. Hey, wir können mal kurz abspeichern. Dann tasten wir uns schon mal langsam ran. Ganz, ganz langsam aber. Erst mal gucken. So, hier von uns zu Anzugträger. Arschbombe. Und irgendwo war hier noch ein Hai, wa? Sollten wir Haiabwehr nehmen, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Sind da ganz unten Haie? Oder sind die nur hier am... hier so? Das weiß ich auch leider nicht. Puh, ich hab jetzt schon Angst. Ich hab so ne Angst jetzt schon. Das ist ja unglaublich. Wann kommt denn mal... Hier kommt der Tod, okay. Kann man sich so am... Gut, das Ding ist, wir sehen ja eh nichts, also... Wie taucht man überhaupt? Ich bin ganz überfordert. Oh mein Gott, es geht los. Erst mal noch mal Luft holen. Das Ding ist, wir müssen hier weg sind zwischen... Okay, wir tauchen. Es geht los. Man sieht ja gar nichts. Spiel! Vor allem... Ich hab Angst, ich hab wirklich Angst. Man kann sich ja gar nicht an der Dings orientieren, an der Insel. Woher soll man wissen, ob oben oder unten? Okay, wir fangen an. Los geht's! Man kann sich null orientieren hier, weil es sofort stockdunkel ist. Wir tauchen mal, wir tauchen mal. Okay, es geht noch weiter runter. Und jetzt sieht man schon gar nichts mehr. Okay, weiter runter. Ich bin ein bisschen angespannt und die Frage ist auch, tauchen wir überhaupt tiefer? Gerade sieht's mir nicht so aus. Kann man gar nicht tiefer tauchen? Oh, wir brauchen Luft. Jetzt brauchen wir schon Luft. Luft, Luft. Keine Panik. Oh mein Gott, ich drücke... Okay, wir haben Luft. So. Tauchen wir überhaupt tiefer, ist gerade die Frage? Oder ist das schon die Grenze? Passiert hier irgendwas? Oh, ich glaube jetzt sind wir ein bisschen tiefer gekommen, oder? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich drücke einfach die ganze Zeit runter, runter, runter. Okay, wir brauchen Luft. Wir haben Licht in der Hand. Oh, okay. Man sieht ja halt gar nichts. Ich sehe nicht, ob wir irgendwas in der Hand haben oder nicht. Okay. Okay. Ähm. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Ich sehe hier einfach gar nichts mehr. Oh, warte, da war was. Ist das oben? Okay, das ist oben. Okay, wir müssen tiefer. Tiefer, tiefer, tiefer. Ich habe gar keine Ahnung, ob wir tiefer... Kommt hier auch irgendwann was? Grund oder so? Ein Schatz wäre toll. Aha. Okay, warum habe ich das eben nicht gesehen? Bin ich dumm? Wir brauchen Luft. Wir haben Luft. Okay. Und wir wollen aber tiefer. Oh, ich bin ein bisschen angespannt. Das Ding ist, wenn nichts passiert, dann nimmt mir das auch für die nächsten Folgen die Angst vor dem Tod. Okay, ich bewege die Maus, aber mal wieder sieht man gar nichts. Sauerstoff geht schon gut runter, ne? Das Ding ist... Man erkennt halt auch gar nichts, ne? Okay, wir brauchen Luft. Ich brauche gar keine Taschenlampe in der Hand. Das ist Schwachsinn, weil wir sehen ja eh nichts. Ne, man sieht gar nichts. Ich bewege die Maus. Ich bewege die Maus schon wieder, aber... Oh! Oh Gott! Da hat irgendwas geflackert. Habt ihr das gesehen? Leer. Lass das mal los. Leere Sauerstoffflasche. Aha, sind wir auf dem Grund. Wartet mal. Irgendwas sieht man doch hier. Nimm mal Luft. Boah. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bewege die Maus, aber manchmal sieht man was, manchmal nicht. Wir tauchen mal tiefer. Sofern wir gerade runtertauchen, da bin ich mir auch gar nicht so sicher. Aber es wird auf jeden Fall nicht wieder hell hier bei uns, oder? Ne. Oh, was passiert? Irgendwas flackert da. Irgendwas sieht man. Aber man sieht nicht... Ich finde den Punkt nicht mit... Oh, da war was. Sauerstoff, Sauerstoff. Okay. Seht ihr das? Wenn ich nach links mit der Maus gehe... Okay. Und wir können nicht mehr sprinten. Jetzt. Da war wieder sprinten. Ich drücke einfach mal. Mal gucken, was passiert. Auch wenn man eigentlich gar nicht sieht, ne? Man weiß gar nicht, was gerade passiert umrum. Tag, ja, das passt mir gerade gut. Schön. 121. Schön, schön, schön. Okay. So langsam brauchen wir wieder... Der taucht halt, würde ich... Ich weiß nicht, tauchen wir überhaupt? Okay, Luft haben wir. Ich versuche mich umzugucken. Irgendwas ist flackert. Haben wir... Irgendwas ist hier, aber ich kann es nicht... Was ist da? Spiel, kannst du das mal ein bisschen... Kann mir jemand sagen, was das ist? Die Frage ist, kommen wir wieder hoch? Oder werden wir hier... Man sieht halt gar nichts. Da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ich dachte, irgendwann würden wir auf den Grund ankommen, aber... Ich höre auch nichts. Doch, also, vielleicht tauchen wir. Ich bin mir da nicht so sicher. Irgendwas sieht man... Da war... Sind wir festgeglitscht vielleicht? Man hört Tauchgeräusche. Aber mehr auch nicht. Spiel, lass mich einfach sterben, wenn es nicht weitergeht. Das wäre okay für mich. Okay, jetzt sprinten wir nicht mehr, ne? Sind wir jetzt auf den Grund angekommen? Taschenlampe ist an, aber halt bringt nichts, ne? Weil man sieht nichts. Wenn ich da lang tauche, mit der Maus mich bewege, dann sprinten wir wieder. Wenn ich runtergehe, dann sprinten... Ach, doch jetzt. Sauerstoff, Sauerstoff. Haben wir? Ja, irgendwas ist hier. Aber ich weiß nicht was... Okay, wir versuchen... Man kann halt... Man sieht halt nichts. Aber man stirbt auch nicht. Immerhin. Aha. Da ist die Tagesoberfläche. Oder wie man das auch nennt. Also, so weit waren wir gar nicht weg. So weit waren wir gar nicht weg von der Wasseroberfläche. Spiel, da habe ich ein bisschen mehr erwartet von dir. Huh? Doch, ganz schön tief. Ganz schön tief. Was ist das hier? Wo sind wir? Sauerstoff? Sauerstoff! Oh Gott. Okay. Was ist das hier? Ah, okay. Ja, da sind wir gut getraucht, würde ich sagen. Aber das ist unbefriedigend. Schildkröte. Findest du nicht auch? Also, man taucht ungefähr... Also, ich habe gefühlt, wir sind eine halbe Stunde runtergegangen. Aber innerhalb von zwei Minuten waren wir auch wieder oben. Das heißt ja eigentlich so viel, dass man gar nicht so tief kommt, ne? Oder? So. Ah. Das ist die Insel von unten sozusagen. Luft, 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 Luft. Können wir hier uns reinglitschen? Und kommen wir dann noch nach oben? Weil eigentlich sind wir jetzt in der Insel drin, oder? Müsste so sein. Mal abwarten. Wir kommen nicht mehr hoch, kann es sein? Gehst du hoch? Ich bin mir da nicht so... Oh, wir sind in der Insel drinnen. Wir sind in der Insel drinnen. Was passiert denn jetzt? Sternen wir jetzt, oder? Oh, so sehen die Dinge von unten aus. Okay, können wir kurz mal Luft holen? Oh, oh, oh. Hier. Nimm die mal. Okay. Unter der Insel sind wir. Das ist cool. Aber kommen wir jetzt hier auch wieder hoch? Alles klar. Einfach durch den Boden geglitscht. Geglitscht. Lustig. Okay, lustig. Eigentlich relativ lustig. So. Aber ich wollte ganz nach unten. Aber dann geht es nicht weiter nach unten, ne? Dann ist einfach irgendwann Stopp, würde ich sagen. Aber ich will nochmal durch die Insel glitschen. Macht Spaß. So, wartet, wartet. Erstmal müssen wir ein bisschen auf... Das ist aber einfach gemacht von den Spielern, oder? Von unten alles holen. Aber ich weiß eh nicht, wie man sowas programmiert. Die haben schon alles richtig gemacht wahrscheinlich. So. Und dann gehen wir einfach wieder unter der Insel durch. Und gleich sehen wir alles wieder von unten. Cool. Wartet, wartet, wartet. Gleich kommt es wieder. Oder? Was passiert hier? Hier passiert gerade gar nichts. Jetzt. Willst du mal hochtauchen? Tauchst du überhaupt hoch? Ich sehe es gerade nicht. Ah, jetzt, 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 jetzt. Cool. Das finde ich lustig. Wenn jetzt ein Hai da oben wäre, würde ich einfach von unten ihn angreifen. Damit rechnet er nicht. Oh, Luft. Luft, 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 Luft. Ja, ja. Hab dich nicht so. Wir haben hier gerade Spaß. Das ist schon cool gemacht, oder? So sieht unsere Insel von unten aus. Jetzt wissen wir Bescheid. Aber wo ist... Was ist das hier? Was ist das? Ach, das ist das Flugzeug von unten. Alles klar. Das ist wirklich lustig. Ha, ha, ha. Wir haben gelacht. Die Frage ist, wo ist denn unser... Ah, wir sind rausgeglitscht. Okay. Jetzt sind wir einmal... Wartet mal. Ruhig mal Luft. Von da hinten. Durch die Insel. Ne, wartet mal. Von da sind wir runtergetaucht. Durch die Insel einmal. Aber wie sieht denn... Warte mal. Wenn wir jetzt hier sind... Müssen wir einfach nur rückwärts schunen, damit wir beim Sand rauskommen. Ich will gucken, ob das auch klappt. Ist Licht überhaupt an? Ne, natürlich nicht. So. Können wir auch durchs Sand glitschen. Also durch die Insel. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Tauch mal tiefer. So. Da ist das. Müssen wir... So. Einfach nur da lang. Sauerstoff nicht vergessen. Achtung, Achtung. Okay, haben wir... Oh, unsere Sauerstoffflasche sind bald leer. So. Eigentlich müssten wir jetzt wieder unten drunter sein, oder? Ich bin mir da nicht so sicher gerade. Aber man sieht nicht immer so gut. Hallo? Kommt hier auf... Ich drücke die richtigen Knöpfe. Ich drücke die richtigen Knöpfe. Hier kommt einfach gar nichts. Da kommen die ersten Fische. Wo sind wir? Hey, ich bin doch... Ich bin doch unter der... Wo ist denn überhaupt eine Insel hier mal? Fischis? Eigentlich schwimmt die nicht im offenen Meer. Einfach so... Oh, Luft, Luft, Luft. Oh, wir haben keine Luft mehr. Wo sind wir? Das war... Das wollte ich anders machen. Spiel! Wir haben keine Luft mehr. Kann es sein? Doch, eins. Hab ich hier noch Luft drin? Nee. Alles leer. Okay, aber einmal will ich noch. Halb da lang müssen wir. Was war das? Wir müssen da lang. Unter der Insel durch. Das kann doch nicht so schwer sein. Können wir es schaffen? No, wir es schaffen. Okay, wartet, wartet. So. Nicht mehr hilfreich, aber ich habe Angst, dass wir dann keine Luft mehr kriegen. Kannst du dich mal ein bisschen beeilen hier? Danke. So. Und jetzt umdrehen. Und da langt schon. Oh, Luft! Warum funktioniert das nicht? Jetzt funktioniert es nicht mehr. Haben wir kaputt gemacht, das Spiel? Sind wir noch nicht tief genug? Ist die Insel hier auf der Seite anders tief, oder was? Klappt nicht mehr. Schade. Mann, ey. Hat so viel Spaß gemacht, okay? Okay, aber hier von der Seite der Insel schaffen wir es anscheinend nicht. Ich glaube, wir haben keine Luft mehr auf der Hand. Deswegen sollten wir mal schneller, ein bisschen schneller hoch. Wegen eigener Dummheit wollte ich heute eigentlich nicht sterben. Okay, hervor und zu anderen so drücken. Mach jalla. Oh, oh, oh. Schnell, 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 schnell. Okay. Wir sind auf jeden Fall nicht gestorben heute. Immerhin. Ne, wir haben keine Luft mehr auf der Hand. 33% hätten wir noch. Okay, das war's mit dem 33%. Die ist mir grad runtergefallen. Na gut. Achso, wir können eh alles gleich hier lassen. Das ist Müll. Wir machen es wie die Menschen nun mal. Wir machen alles. Einfach im Meer entsorgen. So, meine Lieben. Ich wollte noch ein bisschen rum experimentieren. Hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Und jetzt habe ich auch nicht mehr so viel Angst vor dem Nichts da unten. Denn da ist ja eh nichts. Da ist nichts. Einfach gar nichts. So. Nächste Folge gehen wir zum Endgänger, zum letzten. Und machen unser schickes Heim fertig. Mit dem da vorne anhängen ist es schon. Wartet, wartet, wartet. Oh, will er wieder nicht rennen, die Arme? So. Nächste Folge machen wir das hier schön fertig. Heute war nur eine Experimentierrunde. Ich habe mich halt gefragt, was da unten ist. Und jetzt wissen wir es. Da ist gar nichts. Nichts Interessantes. Mein Lieben. Ich speicher ab für uns. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.